Herzlich Willkommen zur zehnten Vorlesung Effiziente Routenplanung im Sommersemester 2011. Was machen wir heute? Ich zeige kurz die Transit Node Routing Ergebnisse. Das ist die drittletzte Vorlesung. Ich hatte ja dazu schon was auf dem Forum geschrieben. Heute machen wir nochmal Transit Networks, weil ich da letztes Mal nicht ganz fertig mit geworden bin. Das wesentliche hatte ich Ihnen erklärt, aber so ein paar Details standen noch aus. Transfer Buffers im Time Dependent Model ist ganz interessant. Und wenn man da das GTFS passt, gibt es da so ziemlich viele Kanten, die man setzen muss. Das schauen wir uns nochmal an. Und dann machen wir im zweiten Teil Multi Criteria. Also wenn man mehr als ein Kriterium hat, nicht nur Travel Time, sondern Reisezeit und Umsteigen oder sowas. Da werden wir was zu Pareto-Sets sehen und wie man dann die kürzesten Wege berechnet. Und das ist ziemlich interessant. Das geht auch mit Dijkstra abgewandelt. Und das sehen wir dann. Übungsblatt gibt es heute kein. Sie kriegen einfach eine Woche mehr für das, weil, das habe ich schon geschrieben, es kommt jetzt noch ein Algorithmus. Wir sehen ja jetzt, dass irgendwie diese Bus-Bahn-Netzwerke ein bisschen anders geartet sind, obwohl es Graphen sind, sind doch viele Sachen anders durch die Zeitdimension. Und da wollen wir dann nächste Woche in Algorithmus, die letzten beiden Wochen in Algorithmus noch für sehen ein. Naja, und da sollte man zumindest ein bisschen was implementieren, wenn man das GTFS nicht gepasst hat, kann man das nicht machen. Was mir gerade erst eingefallen ist, was ich wohl machen werde, ist, dass Sie die Evaluation schon mal abgeben werden. Da werde ich also ein Pseudo-Übungsblatt machen, wo draufsteht, geben Sie einen Evaluationsbogen ab. Das mache ich nachher, heute Nachmittag irgendwann, kriegen Sie ja noch eine Mail. Gut, fangen wir mal an. Mit den, genau, die Web-Demos wollte ich noch zeigen. Da waren nämlich noch zwei. Irgendwie war das so, dass sich gar keine Java-Demo gezeigt hat. Da hatten sich ein paar drüber beschwert. Das geht, man kann das auch mit Java machen, tatsächlich. Hier haben wir eine, zwei haben wir mal noch ausgewählt und zum Laufen gebracht. Die sind ziemlich Sophisto. Hier sieht man das Saarland, das schöne Saarland. Also in Java sind die Flaggen dann grün und die Linie etwas dünner. Genau. So, und dann hat man hier Show Google Route. Ja, wir sehen, dass das, oh ja, hier ist ein sehr schöner Bogen. Das hat jetzt, glaube ich, nichts mit Java zu tun, aber trotzdem sehr schön. Ein sehr eleganter Bogen. Genau, und dann gibt es hier noch die verschiedenen Algorithmen, kann man anwählen. Ach so, er berechnet den sogar gleich neu. Wahnsinn. Die sind alle schon vorberechnet? Die Vorberechnung? Wahnsinn. Gucken, ob das auch immer stimmt. Jetzt so, was wir das hier machen. Also hier sieht man die Google Route und die eigene weicht ab, weil das ja ganz andere Daten sind. aber die verschiedenen Algorithmen, die jetzt hier hinten dran ausgeführt werden. Ja, das ist schon ziemlich cool. Das war also Java und kann alles. Dann haben wir hier noch eins. Das kann noch ein bisschen. Das hat hier den Control Panel links. Da kann man so schicke Sachen machen, wie die Settled Notes anzeigen. Das können natürlich ziemlich viele sein. Klickt man da auch einfach zweimal links? Genau, dann mache ich doch hier mal Settled Notes und nicht so weit weg, weil es sonst zu viele sind, glaube ich. Schauen wir mal. Wahnsinn, oder? Jetzt sieht man also den Suchraum. Da hatte ich ja auch kurz drüber geredet. Jetzt dauert es wohl ein bisschen länger. Genau, man sieht, der wird schnell. Jetzt hat er von hier nach hier gesucht. Man sieht, dass das so. Er sucht ja immer alles so kreisförmig in dem Radius. Genau. Und jetzt können wir es mal machen. Wenn ich hier Google route, geht das dann auch? Ja, der muss ziemlich viele... Moment, ist er jetzt abgestürzt? Der Firefox, nee. Genau. Ja, da sieht man, es dauert ziemlich lang. Was einfach heißt, der muss ziemlich schnell ziemlich viel suchen. Selbst wenn das nur im nächsten Ort ist, sucht man schon ziemlich viel. Genau, und dann kann man hier noch auch die verschiedenen Algorithmen auswählen. Und, aha, whatever. Hier muss man die Vorberechnung dann erst anstoßen, oder? Ja? Gut. Sieht man ja jetzt hier. Also auch super nett. Auch mit den Settled Notes. Herzlichen Glückwunsch. Ich habe die Demos auch schon ein paar anderen Leuten gezeigt, Kollegen und so, die waren auch immer ganz begeistert. Genau. Jetzt habe ich die auch gezeigt. Dann machen wir mal weiter mit der Vorlesung. Transfer Buffers. Da hatten wir schon das gemacht. Die beiden Folien habe ich mal einfach vom letzten Mal rauskopiert. und die gehe ich jetzt noch mal ganz kurz durch. Das ist jetzt der erste Teil der Vorlesung. Machen wir einfach noch dieses Parsing weiter. Wir erinnern uns, da gab es ein Problem. Das Einfachste war ja einfach, dass man da Knoten malt, wenn immer was passiert. Hier kommt irgendwas. A, das ist jetzt die Station. Station davor, Zeit, so habe ich das geschrieben. Station zur Zeit. Knoten sind einfach beinahe Station. Zu einer bestimmten Zeit passiert was. Irgendeine Station A um 9 Uhr fährt so ein ICE ab. Und hier Station D, eine andere, fährt um 9.30 Uhr so eine Regionalbahn ab. Das ist näher dran. Dann haben wir hier eine Station 10 um 10 Uhr. Und genau um 10 Uhr kommt die Regionalbahn an und der ICE. So, und jetzt geht es weiter. Jetzt kann man hier in dem ICE sitzen bleiben oder hier, da habe ich es nicht dran geschrieben, mit der Regionalbahn weiterfahren. Jetzt müsste man ja irgendwie hier, der ICE hat halt zwei Minuten Aufenthalt in dem Bahnhof B. Jetzt müsste man hier eigentlich eine Kante hinmalen. Ich wiederhole das einfach vom letzten Mal. Was ja, wenn man im ICE sitzen bleibt, wunderbar ist. Das bleibt man einfach sitzen. Die zwei Minuten im Bahnhof geht es hier weiter. Wenn man die Kante aber hier hinmalt und das so gemacht hat, dann heißt das auch, dass man hier mit der Regionalbahn ankommen kann und husch, in den ICE geht. Was aber nicht geht, wenn man sagt, umsteigen dauert fünf Minuten. Das heißt, wenn man so einen Umsteigepuffer haben will, will man diese rote Kante hier nicht haben. Zum Sitzenbleiben braucht man sie aber. Das heißt, das geht so irgendwie nicht. Also was ich mit dem Bild sagen wollte, das ging letztes Mal sehr schnell, deswegen wiederhole ich das nochmal, dass das hier eine unmögliche Situation ist. Also wie man es macht, macht man es falsch. Man muss irgendwie mehr Knoten hinmalen. Eine für den ICE, eine für die Regionalbahn, damit man das unterscheiden kann. Da kamen wir zu diesem wunderschönen Bild, das ich jetzt nicht nochmal neu male. Das war etwas gedrängt, aber ich denke trotzdem, klar, jetzt haben wir hier nochmal, ich rede erstmal hier drüber, ignorieren Sie mal den Text. Das ist einfach dieselbe Folie. Hier ist wieder der ICE, der kommt jetzt an einem eigenen Knoten an. Da steht jetzt drauf wieder B um 10 Uhr Arrival. Da kommt irgendwas an. Und hier gibt es einen anderen B um 10 Uhr Arrival. Da spricht ja nichts dagegen, zwei Knoten zu haben mit derselben Uhrzeit, vom selben Typ. Es sind trotzdem zwei Knoten. Also der ICE hier und da zwei Knoten. Verschiedene. So und jetzt ist der Weiterfahrknoten vom ICE, das ist der hier. Diese Kante, das war die rote von vorher, da ist jetzt die Sitzenbleiben-Kante und hier bin ich jetzt wieder bei einem Abfahrtsknoten. Das ist ja auch sehr intuitiv. Ankommen, Abfahren. Von Ankommen, Arrival zu Departure ist einfach Sitzenbleiben im Bahnhof. Von Departure zu Arrival ist einfach ein Stück. Mit dem Zug fahren zur nächsten Station. Und wenn ich jetzt vom, mit der Regionalbahn gibt es jetzt diese Kante nicht. Jetzt kann ich das unterscheiden. Hier kann ich nicht dahin umsteigen, sondern da muss ich zuerst, wenn ich umsteigen will, von einem Arrival zu einem Transferknoten. Hier. Und der ist dann gerade so gemacht, das mussten Sie ja jetzt auch beim Parsen machen, dass der gerade fünf Minuten später ist. Von B10 Uhr ankommen, gibt es eine Kante zu B10 Uhr 5 umsteigen. So und von umsteigen gibt es jetzt wieder Kanten zu Abfahrtsknoten. Aber natürlich nur zu dem, die danach kommen. Nachher zeige ich das nochmal im Detail, wie man das macht, wenn man ganz viele hat. Aber nur, und jetzt gibt es natürlich von diesem Umsteigeknoten keine Kante zu dem hier, zu dem 10 Uhr 2, weil das ja früher in der Zeit ist. Von 10 Uhr 5 zurück in die Zeit gibt es keine Kanten. Ja, und damit hat man das Problem gelöst, dass man das einfach, ist jetzt nicht besonders schwer, so vom Prinzip, aber man sieht schon hier, das sind jetzt gerade mal zwei Züge, die ankommen und weiterfahren. Man hat schon so ein kompliziertes Bild und da gibt es doch erstaunlich viele Effekte, die man berücksichtigen muss. Und noch ein paar interessante Sachen, die wir später sehen. Okay, und hier war das nochmal ein Abstrakt, was ich gerade gesagt habe, das lese ich jetzt nicht nochmal vor. Okay, das war das. Das war jetzt kurz Wiederholung vom letzten Mal. Und jetzt machen wir Time Dependent, genau. Das hatten wir noch nicht. Jetzt überlege ich gerade. Mir fällt gerade auf, dass ich Transit Node Routing noch, das mache ich mal, bevor ich zum Multi-Label Dijkstra, irgendjemand soll mich bitte erinnern, dass wir Transit Node Routing die Ergebnisse noch angucken. Fällt mir gerade ein. Das war jetzt Time Expanded. Wir erinnern uns, Time Expanded ist, ein Knoten ist Station zu einer bestimmten Zeit. Time Dependent war einfacher. Das war das, was einem zuerst einfällt. Ein Knoten, eine Station und an der Kante steht der ganze Fahrplan. So, was macht man dann? Jetzt hat man dasselbe Problem. Das male ich jetzt nicht nochmal hin, aber irgendwie, ich komme jetzt bei einer Station an und jetzt muss ich wissen, komme ich mit dem ICE an oder mit der Regionalbahn. Wenn ich das nicht weiß, dann weiß ich nicht, ob ich jetzt den ICE zwei Minuten später kriege, wenn ich nämlich schon drinnen sitze, geht das, oder ob ich fünf Minuten zum Umsteigen brauche, weil ich jetzt das Fahrzeug wechsle. So, jetzt habe ich ja quasi schon die Lösung vorweggenommen in meiner Erklärung. Ich muss mir also irgendwie in meinem Dijkstra nicht nur merken, dieser Time Dependent Dijkstra weiß ja immer die Uhrzeit jetzt. Ich bin jetzt hier zu einer bestimmten Uhrzeit an der Station, sondern ich muss auch irgendwie wissen, ich bin im ICE oder in der Regionalbahn. Also einfach jedes Vehikel da kriegt so eine ID, L nenne ich die ja mal für Line und die merke ich mir einfach mit und dann in der Kostenfunktion, die hatte ich ja letztes Mal kurz erklärt, da steht dann einfach zusätzlich drin zu der Zeit auch noch die Linie. Was dann einfach heißt, ja, also das heißt, da würde dann drinstehen, dieser Kostenfunktion, wenn ich hier ankomme, um 10 Uhr war das, glaube ich, mit der Regionalbahn, dann kann ich halt nicht da um 11 Uhr an der nächsten Station mit dem ICE sein, sondern da muss ich irgendwie warten und so weiter. Wenn ich mit dem ICE ankomme, geht das. Ja, also das sieht so aus, als würde das gehen, aber jetzt hat man schon ein Problem und das ist ganz interessant bei diesen Transit-Netzwerken, dass man da alle möglichen Probleme gibt, an die man erst mal nicht denkt. Das merkt man dann, wenn man drüber nachdenkt, ja, das macht es ja manchmal ganz gut, manchmal auch nicht. Manchmal macht man am besten einfach, aber hier ist schon ganz gut, drüber nachzudenken. Das ist auch eine Sache, die man dabei lernt, dass man hier immer, wenn man so Ideen hat, muss man erst mal, stimmt das jetzt auch. Und jetzt ist hier das Problem. Ich zeige Ihnen jetzt das Problem. Das ist nämlich ganz interessant und etwas überraschend. Jetzt habe ich hier, mal gucken, ob ich das jetzt schön hinmale. Ich weiß noch nicht genau, was ich hinmale. Ich glaube, ich mache das mal so. Das ist doch schön, oder? Das ist jetzt ein Knoten. Ich muss jetzt gerade nachdenken, was ich mache, wie ich das male. Ja, genau. Und jetzt nehmen wir mal an, ich komme jetzt hier, ich kann jetzt hier ankommen, das ist jetzt time-dependent, ich habe also nur eine Kante. Ja, ist ja egal, wie auch immer ich hier ankomme. Ich kann jetzt hier ankommen mit so einem ICE. Ja. Und mit dem ICE komme ich an um, schreibe ich da hin, um 8 Uhr. Wenn ich da irgendwie, ja, um 8.05 Uhr, 8.02 Uhr, muss ich jetzt aufpassen. Ach, ich male einfach mal und lösche das dann, wenn ich was falsch mache. Und ich kann aber auch hier ankommen mit so einer blöden Regionalbahn. Ja, der ICE war 1, die Regionalbahn 2. Und da komme ich an um 8 Uhr. Ja, wenn ich mit der Regionalbahn komme, ich jetzt um 8 Uhr da an. So, jetzt kann es ja passieren, dass ich hier irgendeinen Startknoten habe. Ja, und jetzt gibt es ja so zwei mögliche Wege, ja, irgendwie hier und irgendwie da. So, und was macht jetzt mein Dijkstra? Mein Dijkstra wird hier an dieser Stelle und da geht es dann irgendwie weiter. Zum nächsten, jetzt fahren die hier irgendwie beide weiter. Ja, das ist so die nächste Station, sowohl der ICE als auch die Regionalbahn. Und was macht denn mein Dijkstra hier an der Stelle? Dijkstra, wie wir ihn bisher immer gehabt haben, der merkt sich einfach den besten Weg, um da hinzukommen. Ja, und was ist der beste Weg, hier hinzukommen? Ist einfach der Weg hier. nicht der. Der ist einfach besser, aus was für Gründen auch immer, weil ich hier um 8 Uhr schon sein kann und hier ist um 8 Uhr 2. Ja, das heißt, so, und jetzt nehmen wir mal an, ich male da vielleicht noch einen Knoten dazwischen. Ja, genau, hier fährt jetzt die Regionalbahn weiter, nehmen wir das einfach so an und hier fährt der ICE weiter. Ich würde jetzt vielleicht mal mehr Farben nehmen sollen. So, das heißt, wenn ich aber, jetzt nehmen wir an, hier geht es noch irgendwo weiter und da will ich dann hin, hier ist mein Ziel, Ziel, Start. Ja, ein sehr schönes Bild. Ich glaube, dass das noch was wird. So, sehen Sie schon das Problem. Wenn ich jetzt, es kann ja sein, dass es, um hier hinzukommen, einfach schlau ist, in dem ICE zu sitzen. Ja, weil nämlich hier fährt der ICE lang und vielleicht komme ich da überhaupt nicht hin mit der Regionalbahn. Ja, es kann sein, dass ich da irgendwie, die fährt hier irgendwo lang und von da kommt man da überhaupt nicht mehr hin. Ich müsste dann diesen ICE umsteigen, aber das schaffe ich ja nicht. Wenn ich mit der Regionalbahn hier hinfahre, um 8 Uhr habe ich nicht genug Zeit, in den um 8.02 Uhr zu steigen. Da brauche ich ja 5 Minuten für. Das heißt, wenn ich an dieses Ziel will, dann muss ich hier schon im ICE sitzen. Dann muss ich diesen Weg genommen haben. Und hier kann ich schon, das kann sonst wo sein. Das kann mit dreimal umsteigen sein. Das heißt also, um das jetzt zusammenzufassen, es kann von Vorteil sein, irgendwo etwas später zu sein, wenn ich dafür im richtigen Zug sitze. Ja, das ist was, das hatten wir bisher noch nicht. 8 Uhr ist nicht unbedingt besser. 8.02 Uhr kann auch besser sein, wenn ich dafür schon im ICE sitze. So, Sie fragen jetzt, wenn irgendwas nicht klar ist oder denken kurz drüber nach. Klar? Sie können auch mit dem Kopf nicken, dann mache ich weiter. Ja, sehr schön. Da nickt die Ecke, nickt da auch jemand? Genau. Gut. Sonst fragen Sie, aber das ist das Phänomen. So, das heißt also, und einen Satz möchte ich dazu gerade schreiben und den schreibe ich in wunderschönen Schwarz und da schreibe ich jetzt hin, das Problem ist, aber auf Englisch, gucken, ob ich das hinkriege, the problem is, was ist denn jetzt das Problem abstrakt? Das Problem abstrakt ist, prefixes of shortest paths are not. das muss man sich klar machen. Das werden wir auch gleich später sehen. Das haben wir bisher immer angenommen. So, jetzt versuchen wir das noch zu verstehen, gerade habe ich es ja intuitiv erklärt, das hier ist kein kürzester Weg. Ist einfach so. Wenn ich hier hin will, zu diesem Knoten, dann ist einfach der beste Weg, so rumzufahren. Das ist immer, wenn ich nur dahin will, warum soll ich den nehmen? Nehmen wir mal an, das Fahrzeug ist mir egal, aber ich will so früh wie möglich ankommen, dann fahre ich natürlich hier unten rum, weil da bin ich zwei Minuten früher da. Warum soll ich mir den auch noch merken? Wenn ich aber dahin will, muss ich hier rumfahren. Nicht nur um da früher, sondern um da überhaupt anzukommen. Das heißt also, dieser Weg ist nicht optimal und trotzdem muss ich ihn mir merken. Mein Dijkstra muss ich jetzt zwischendurch nicht optimale Wege merken. Und das geht irgendwie gegen Dijkstra, weil das ist gerade das Prinzip von Dijkstra, das ist ganz wichtig, das zu verstehen, also zentral wichtig, dass Dijkstra, so wie wir es bisher gemacht haben, nur deswegen funktioniert, weil er immer alle kürzesten Wege bis überall hin berechnet und die dann so erweitert. So, jetzt bin ich hier hingekommen, den kürzesten Weg bis dahin habe ich schon mal. Weil, wenn das kein kürzester Weg wäre, wenn ich so einen längeren habe und hier so ein Präfix davon kein kürzester Weg wäre, könnte ich ja auch den Weg dahin verbessern, indem ich da einfach einen schnelleren hinbaue. Das ist diese Präfixeigenschaft. Das gilt hier aber nicht wegen Umsteigen, Umsteigepuffer und sowas. Also eine überraschende Konsequenz. Gut, Sie haben das jetzt gehört. Ich glaube, das muss man sich noch mal in Ruhe so selber überlegen und aufmalen, aber es ist ein ganz zentrales Phänomen. Auch um dann noch mal von der dritten Seite zu beleuchten, dass das irgendwie, das hat auch so eine, man sieht auch, das wollte ich mit dem Bild auch zeigen, das ist auch gar nicht jetzt, was hier von der Kante vorher nur, sondern das Phänomen kann ja wirklich nur, diese beiden Knoten können die einzigen sein im ganzen Graphen, für die das auftritt. Nur für diese beiden ist das so, dass ich da wirklich so rumfahren muss, dass der beste Weg ist und sonst habe ich das Problem gar nicht. Das heißt, an dieser Stelle, wo das Problem auftritt, hier passiert es ja, dass normaler Dijkstra diesen Label da rausschmeißt und sagt, den Weg da brauche ich nicht. Aber das kann ich an dieser Stelle lokal nicht feststellen, weil die Knoten, die dafür verantwortlich sind, liegen sonst wo, hier anderer Erdteil oder was weiß ich und da auch sonst wo. Völlig nicht lokale Info. Das macht es super schwer, diesem Problem umzugehen. Was wäre jetzt eine Lösung? Eine Lösung wäre, dass man es so macht, wie im Time-Dependent-Model, dass ich irgendwie hier aufteile und sage, naja, wenn das so wichtig ist, in welchem Zug ich sitze, mache ich da zwei Knoten draus. Jetzt muss man es nicht ganz so machen wie im Time-Expanded-Model, das habe ich jetzt hier nicht hingeschrieben. Es ist nämlich, es kann von Vorteil sein, in einem bestimmten Zug zu sitzen, aber wenn ein Zug, da male ich jetzt kein Bild zu, zehnmal am Tag fährt oder irgendeine Buslinie, dann ist es irgendwie nie von Vorteil, in der späteren Buslinie zu sitzen. Und deswegen habe ich diesen Satz hier hingeschrieben. Also wenn Bus Nummer 11, es kann nie von Vorteil sein, irgendwie aus dem Bus auszusteigen und dann den Bus eine Stunde später zu nehmen, weil der fährt ja immer gleich, immer genau die gleiche Strecke. Ja, das ist also, von daher reicht dann ein zusätzlicher Knoten pro Linie. Wobei schon bei Zügen gibt es ja gar nicht so was, so richtig so Linien. Also da muss man einfach sehr viele Knoten hinmalen. Ich will da jetzt nicht näher drauf eingehen, das wollte ich nur erwähnen. Also selbst wenn man das spart, dass man nur einen, diese Knotenteilung nur pro Linie macht und jetzt nicht für jeden Time-Event, hat man auf jeden Fall eigentlich nicht mehr Time-Dependent. Dieses schöne Time-Dependent, ein Knoten pro Station, was das ja so attraktiv gemacht hat. Es gibt aber noch eine andere Lösung und die klappt hier auch. Wir sehen hier schon eine Sache, wann das Problem nur auftreten kann. Das war ja nicht von ungefähr, dass ich hier so überlegt habe beim Malen. Wenn hier jetzt dran stände, 8.07 Uhr, wäre das Problem nicht mehr da. Wenn da dran steht, 8.07 Uhr, dann kann der den hier ruhig rauskicken, weil dann, wenn ich unbedingt diesen Weg brauche, habe ich ja Zeit genug zum Umsteigen. Das heißt, das Problem tritt nur auf, wenn dieser Unterschied zwar so ist, dass ich den rausschmeißen würde, aber zum Umsteigen reicht es dann nicht mehr. Also die Kombination von Time-Dependent und Umsteigepuffer, die das Problem macht. Das heißt, daraus ergibt sich eine Lösung und das ist jetzt noch keine vollständige, eine Lösungsidee, dazu ist dann der zweite Teil der Vorlesung. Wenn wir zu zwei unterschiedlichen Zeiten ankommen, mit verschiedenen Fahrzeugen und das kann sich ja der Dykstra jetzt merken, der kommt, der macht ja immer dieses Relax und jetzt guckt, da kann ich den Label oder die Tentative Distanz, Tentative Distance, die da schon ist, rausschmeißen. Jetzt guckt er, wenn die nur weniger als 5 Minuten, sagen wir, das ist unser Umsteigepuffer, auseinander liegen und ich komme mit verschiedenen Fahrzeugen dahin, dann behalte ich beide. Und das ist eine ganz gute Lösung, weil das wird ja nicht so oft passieren. Da muss er halt manchmal beide behalten und dann mit beiden weitermachen. Wobei, das ist jetzt was Neues. Was heißt denn das jetzt bitte, dass man zwei Möglichkeiten hat? Das hatten wir noch nicht. Wir hatten bisher immer, an jedem Knoten ist zu jedem Zeitpunkt eine Möglichkeit dahin zu kommen, nämlich die beste und die verfolge ich weiter. Jetzt hat man plötzlich zwei oder womöglich drei, kann ja hier auch passieren und was macht man jetzt? Verfolgt man die alle gleichzeitig weiter? Das ist dann ein Multi-Label Dijkstra. Der kommt hier sehr natürlich und auch an anderen Stellen und deswegen der zweite Teil der Vorlesung darüber. Gut, das ist erstmal das eine Problem. Da machen wir jetzt weiter. Jetzt wollte ich noch was zum Übungsblatt sagen. Vier Folien. Im Time Expanded haben wir die ja aufgesplittet in Ankommen, Abfahren und Transfer. Das ist ja sehr intuitiv. Jetzt wollte ich noch mal kurz, ich nehme ja an, es sind noch nicht alle oder die meisten sogar fertig da mit dem Parsen. Was ich schon gesagt habe, ist folgendes und das werde ich jetzt mal nochmal GTFS Gucken wir uns das doch nochmal an, ob ich das finde. Genau, hier unten war ja das Death Valley, wo ich immer noch nicht weiß, ob das ein Witz ist oder ob es das wirklich gibt. Auf jeden Fall ist das dieses Beispiel-Ding. So, und da haben wir ja jetzt, gucken wir mal hier, die Stop Times, genau. Ja, das hatten wir schon. Stop Times. Ja, so sieht das aus. Da hat man irgendeine Linie, City 1 und die fährt jetzt blüpp, 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 blüpp. Ja, irgendwelche Stationen ab. Ich hatte ja auch schon gezeigt, dass man das sortiert, damit man die direkt hintereinander hat. Das ist jetzt nochmal kurz Wiederholung, aber nur die eine Folie und die da. Genau, dazu male ich mal kurz noch ein einfaches Bild. Das ist ja ganz einfach. Also was soll man da machen? Man kriegt hier das da von Linie 1 einfach die, ja, was haben wir hier? Schauen wir uns das mal an. 6 Uhr, 6 Uhr 5, 6 Uhr 7, 6 Uhr 12. Das heißt, man hat da also hier irgendwie die Patscher um, das ist jetzt nicht der Stationsname, sondern Dep schreibe ich da mal am besten hin, damit das auch klar ist. Also was habe ich hier? So ein Knoten. und das ist jetzt die Patscher um, was war es schon wieder? 6 Uhr genau. Ja, um, ja, ich glaube 6 Uhr, oder? Um 6 Uhr, genau. 6 Uhr, Wahnsinn, oder? Wahnsinn. So, 6 Uhr 5 ist dann hier, kommt der irgendwo an, Arrival um 6 Uhr 5 an der nächsten Station, ja, da muss man halt die, und dann ist hier die Patscher wieder um 6 Uhr 7. Also das ist, was man aus so einem Block von Dingern macht. Ich wollte es einfach nochmal, dann komme ich um 6 Uhr 12 an der nächsten an, ja, 6 Uhr 12, ist ja völlig trivial, aber trotzdem, wenn man einfach mal das Bild sieht. jetzt macht man einfach diese Kanten. Das ist einfach, was einem so ein Block gibt, der gibt einem einfach hier diese Kanten und was man jetzt auch gleich schon dazu machen kann, das ist ja jetzt Stufe 1, während dem Parsen, man liest so einen Block und erzeugt gerade alle diese Knoten und alle diese Kanten. Was man auch gerade dazu machen kann, sind die Transferknoten. Nämlich immer, wenn ich irgendwo ankomme, habe ich die Option, einmal einfach, blub, 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 einmal einfach sitzen zu bleiben in dem Bus, ja, das ist diese Zeit, die ist auch modelliert, zwei Minuten oder ich steige aus und umsteigen, nicht aussteigen. Wenn ich da bin, bin ich schon da, aber ja, jetzt kann ich hier sagen, jetzt mache ich hier eine Kante zu Transfer um 6 Uhr 10, ja, wenn ich umsteigen will, sage ich, brauche ich fünf Minuten oder was immer so für Umsteigepuffer nehmen und jetzt bin ich bei einem Transferknoten zehn Minuten später und dasselbe hier, ja, das ist dann auch ein Transferknoten Tra 6 Uhr 17, ja, da wird einfach der, so die Kanten kann man trivial schon hinmalen. Ist das klar? Sie fragen bitte, wenn irgendwas unklar ist. Ja. Ja. Nochmal bitte. Das ist wahr, das kommt jetzt noch im Abschnitt Optimierung. Die Bemerkung war, den Transferknoten brauche ich ja nur, wenn da auch eine andere Linie noch fährt, das stimmt. Aber es schadet auch nichts, wenn man ihn hinmacht. Genau. Es gibt so, da komme ich gleich zu, habe ich eine extra Folie zu, allerdings steht der Punkt nicht drauf, aber noch ein paar andere. Man wird hier so ein paar Knoten hinzufügen, die man eigentlich nie braucht. Sie tun aber auch nicht weh, weil der Dijkstra wird dann da hingehen und sehen, da geht es nicht weiter. Genau. Aber eigentlich in einem praktischen System wird man ihn noch wegmachen. Genau. Und die hier, das Schöne an diesem Modell ist, dass man hier auch so Kantentypen hat, so intuitive. Das hier sind einfach so Reisekanten, zwischen Department Arrival, Arrival Department. Das ist einfach sitzen, im Bus sitzen und es fährt. Es fährt oder steht an der, ja, ich bin unterwegs. Alight, Alight ist Aussteigen, das sind Aussteigekanten, ja, von Arrival nach Transfer, die gehen immer von Arrival nach Transfer, ist Aussteigen. Ich steige auf oder Umsteigen. Man könnte auch Transfer Arc sagen. Vielleicht ist das eigentlich besser. Oder? Umsteiger Arcs, ich weiß nicht, Alighting oder Transfer besser. Ich lasse es mal so. Das ist Geschmackssache. Alight heißt Aussteigen, ja. So, währenddessen soll man die da sich merken. Warum sage ich gleich? Während ich das mache, merke ich mir einfach alle Transfer und Departure Notes, die ich mir, die ich dabei so anlege, in sortierter Reihenfolge. Warum, sehen wir gleich. Jetzt fehlen noch ein paar. Jetzt fehlen noch von diesen Transferknoten muss ich jetzt auch wieder irgendwo einsteigen können. Die habe ich hier noch nicht angelegt. Naja, warum mache ich das nicht in der ersten Phase? Ich mache hier eine Linie. Ich habe überhaupt noch nicht die ganzen anderen, die da sind. Das muss ich also in zwei Phasen machen. Und zwischen Transferknoten muss ich ja auch noch, ich muss ja warten. Diese Warteschleife ist jetzt zwischen Transferknoten. Das kann ich jetzt auch noch nicht machen. Also hat man sehr schön diese vier Arten von Kanten. Genau. Ah ja. Ach, das habe ich einfach gar nicht gelöscht und hier jetzt nochmal. Ah, jetzt weiß ich, was ich da machen wollte. Ich weiß es. Ich wollte das Bild da hinmalen und das löschen. Sehr schlau. Egal. So geht es auch. So. Hier, das habe ich jetzt nochmal hingeschrieben. Jetzt so klein, wer da noch nicht ganz gemacht hat. Kleiner Implementierungstipp. Ja, deswegen sollte ich das eigentlich auf der Folie vorher löschen. Das mache ich ja auch. Das habe ich nur vergessen. Das gehört weg und das Bild hätte ich dann da hinmalen können. Zu spät. So. Man braucht nämlich keine Hashmap. Das war letztes Mal noch ein Fehler. Sie können das einfach so speichern. Für jede Station merken Sie sich einfach, welche Knoten an der Station sind. Das steht ja so in dem GTFS nicht direkt drin. Das kommt ja erst so bei den Stop Times irgendwie raus. Hier so nach und nach sieht man ja, da gibt es dann alle möglichen. Hier gibt es jetzt nicht so viele Überlappungen, glaube ich, aber doch, ja, AMV kommt hier öfter vor. So überall, das sind ja die Stationsnamen hier, die tauchen dann mal, ja doch, hier BT Airport taucht hier auf bei AB und bei AMV. Ja, kreuz und quer durch die ganze Zeit. Das heißt, man weiß das vorher nicht, welche Knoten zu welcher Station gehören. Das steht nicht explizit, das merkt man erst hierbei. Hierbei merkt man sich das. Jetzt haben im GTFS die Stationen ja Namen, Strings. Das ist aber nicht nötig, dass Sie sich Strings merken. Was Sie machen sollten, ist, während Sie, es gibt ja noch diese Stops, die sollte man mal ganz am Anfang pasen und da sieht man ja, das sind jetzt die ganzen Stationen, die heißen ja Stops, die liest man einmal durch und gibt denen Nummern und zwar am besten schlauerweise konsekutive 0, 1, 2, 3, wie immer oder mit 1 anfangen, egal, aber besser mit 0 und merkt sich hier mal eine Hashmap, damit man weiß, aha, Bullfrog ist Nummer 5 und ab dann hat man intern IDs, konsekutive IDs ist immer besser, weil dann hat man nämlich hier einfach einen Vektor. Das sind jetzt einfach die Knoten pro Station, da braucht man hier nicht noch ein Hashmap und merkt sich ab da einfach nur noch Station IDs, das ist eine gute Idee, ID, genau. So, ja, das ist ein Vektor von, also für jede Station ID habe ich dann hier einen Vektor von Nodes oder ein Array in Java, welche Nodes da auch immer sind und hier gehe ich davon aus, dass die Node-Klasse weiß, Zeit und ob ich Departure oder Transfer Node bin, genau. Das war nochmal das von vorher, es fehlen jetzt noch folgende Knoten. So, und jetzt, genau, machen wir mal die fehlenden Kanten und da male ich jetzt nochmal ein Bild, weil man das so am besten versteht. Wir können ja auch schon mal den Text lesen, wenn Sie Lust haben. Jetzt habe ich die sortiert, jetzt nehme ich hier, jetzt habe ich hier also so eine Station, some station und alle Knoten, die male ich jetzt mal in so einem Pile da drüber, in so einem Stack. So, jetzt habe ich hier zum Beispiel, jetzt habe ich hier Transfer um 8 Uhr. So, und jetzt kann das ja passieren, das ist ganz wichtig, das passiert auch, dass einfach man da zwei Knoten zur selben Zeit hat. Das passiert einfach, ich sage es Ihnen. so, und jetzt hat man hier, und jetzt habe ich die sortiert und zwar so, das mache ich jetzt mal hier extra extrem, da spricht ja nichts dagegen, dass das passiert. Ja, da kann ich vier Knoten nach 400 zur selben Zeit haben. Ich sortiere die aufsteigend, aber wenn ich aufsteigend sage, das habe ich hier oben, da muss ich irgendwie sagen, was ich mit den gleichen mache. Ich mache Transfer vor Departure und gleiche Departure oder Transfer in irgendeiner Reihenfolge und wir gucken mal gleich, ob das geht, aber nur Transfer und Departure. Arrival brauche ich nicht, die wären jetzt irgendwie hier, das mache ich mal so, also hier hätte ich jetzt zum Beispiel einen Arrival-Note um 7.55 Uhr. Also man muss da unbedingt Bilder malen, das ist immer, wie man das am besten versteht. Hier kommen jetzt einfach zwei Linien an und das ist nicht so leicht, da kommt gleich in der Optimierung, wo man sagt, naja, was brauche ich da jetzt, zwei verschiedene Knoten, hier brauche ich schon zwei verschiedene, einfach damit ich, das hier kann ja wieder so ein ICE sein und das eine Regionalbahn oder was immer, aber ich brauche jetzt natürlich nicht unbedingt zwei verschiedene Umsteigeknoten, aber das kann ich beim Parsen noch nicht machen, weil die kommen ja an ganz verschiedene Stellen, der kommt dann am Anfang der Datei, der da am Ende. Da habe ich also diese und jetzt kommt hier meinetwegen wieder ein Transfer, wo immer, Transfer-Knoten kommen immer von irgendwelchen Arrival-Knoten, der kommt meinetwegen jetzt hier um 8.02 Uhr, hier ist jetzt mal einer um 8.07 Uhr und hier ist jetzt mal wieder ein Departure-Note, meinetwegen auch um 8.07 Uhr und hier ist wieder Departure um 8.12 Uhr und hier ist jetzt wieder ein Transfer-Note um 8.17 Uhr, so sieht das aus. Sie sehen, das ist aufsteigend sortiert, ich hoffe, ich habe jetzt ein gutes Beispiel, wo alle Fälle vorkommen. Aufsteigend sortiert, das Einzige, worauf ich achte und das sind so Details, da kann man sich schwer machen, wenn man hier was anderes macht, das kann ja unglaublich kompliziert werden, wenn man das so macht, sieht man, wird das jetzt sehr einfach, behaupte ich. Gleiche Zeiten, zuerst die Transfer-Knoten, gleiche Transfer mit gleicher Zeit, egal in welcher Reihenfolge. Jetzt male ich mal in rot, ja, die, die ich adde, mache ich jetzt in rot und jetzt behaupte ich, jetzt schauen wir uns mal, was steht hier, für jeden Transfer-Note mache ich das folgende, auf jeden Fall eine Kante zum nächsten Transfer-Note in der Sequence, das steht hier, ich bin jetzt hier, von dem da mache ich also einen zum nächsten und zu allen Departures, die direkt danach kommen, nach dem kommt nicht direkt ein Departure, sondern nur ein Transfer. So, von dem mache ich wieder auf jeden Fall einen zum nächsten Transfer, das ist der, den mache ich immer und zu allen Departures, die direkt danach kommen. Hoffentlich stimmt das. Hier wieder auch, von Transfer zum nächsten Transfer und zu den Departures, die direkt danach kommen, das sind hier keine. Hier ist es so, so, so und ich behaupte, dass das immer geht, auch bei, so und hier geht das dann irgendwie weiter nach oben. Ja, und ich glaube, wenn man das Bild malt, ist man hoffentlich überzeugt, ich muss mich gerade mal selber überzeugen, weil das ja durchaus wo er überlegt, dass das dann immer klappt. Rot sind jetzt einfach die, die ich neu dazu gemacht habe. Warum klappt das? Gucken wir erstmal hier, macht das was, dass ich die in eine Reihenfolge gebracht habe? Naja, ist ja egal. Ich komme hier an mit dem, jetzt muss ich nur alles kriegen, was irgendwie später, was ab 8 Uhr fährt, das tue ich, weil von dem hier alles, alle Depts, die danach kommen, erreiche ich und wenn ich irgendwie spätere Depts erreiche ich auch, weil zwischen allen Transferknoten, die Transferknoten sind ja jetzt auf jeden Fall in der Kette verbunden, durch das, was hier steht und die Departures kriege ich immer von dem Transferknoten daher. Es gibt auch keinen Grund von dem Transfer hier zu allen Departures was zu machen, weil ich ja über diese Kante dann zu dem komme. Ja, das ist also minimale Anzahl Kanten, ich löse das gleiche Zeitenproblem und das ist ja super einfach zu machen. Ich sortiere sie einmal und das da im Code zu realisieren sind zwei Zeilen. Ja? Jetzt sag nicht, dass es nicht stimmt. Eine Frage, stimmt das? Was ist denn, wenn es zwei und es ist über die zwei Partial-Gruppen die gleiche Zeit haben? Ja, das ist wichtig. Deswegen steht hier in der Vorsortierung, das ist quasi so ein Trick, um die Implementierung einfach zu machen, und sort the transfer notes for equal time, sort the transfer notes before the departure notes. Sonst wird man nämlich hier die nicht kriegen, genau, und das darf ja nicht passieren. Also für gleiche Zeiten die Transfer for the Dep. Das sind so Sachen, wenn man da nicht drüber nachdenkt, wird die Implementierung schnell unglaublich kompliziert oder wenn man hier gar nicht sortiert, um Gottes Willen, was kann man da komplizierte Sachen machen? Quadratisch und Fehler wird man auch noch jede Menge machen. Also bei sowas lohnt es sich dann schon kurz nachzudenken. Ich hoffe, dass es stimmt, aber wenn Sie einen Fehler finden, sagen Sie Bescheid. Ich mache mal weiter. Jetzt die Optimierung. Die eine, die Sie gesagt haben, habe ich hier gar nicht stehen, aber die haben wir gerade besprochen. Eine Sache. Wenn eine Station verschiedene Arrival-Nodes zur selben Zeit hat, und da male ich doch mal glatt noch ein Bild hin, dann reicht es einen einzigen, ich darf nicht die Arrival-Nodes zusammennehmen, ja, um Gottes Willen nicht. Das ist gerade ICE und Regionalbahn, die muss ich gerade getrennt lassen, sonst kann ich wieder das mit dem Umsteigen nicht richtig machen. Aber ich darf durchaus, hoffe ich zumindest, das da machen. Wir hatten das ja gerade auf dem Bild. Arrival 7,55, Arrival 7,55. Hier kommen zwei Fahrzeuge zur selben Zeit an. Jetzt gibt es überhaupt keinen Grund, warum ich hier nicht einen Transferknoten nur habe. Da brauche ich nicht zwei. Ist aber nicht so einfach, das beim Parsen zu machen, weil ich die zu ganz verschiedenen Zeiten, meiner Stop Time, hier ist ja keinerlei Sortierung oder das kann ja die eine Linie und dann kommt irgendwann die andere, die halt bei der Station was zur selben Zeit hat. Das merke ich nicht so direkt. Aber trotzdem, das könnte ich, wenn ich wollte, das spart mir natürlich einen Knoten und eine Kante und das ist ja immer gut. Wie viel das jetzt bringt, weiß ich gar nicht, aber es wäre eine Optimierung. Ja, und da macht man auch nichts falsch. Ich habe hier, von hier würden ja auch diese Sitzenbleiben-Kanten zum nächsten Departure, die werden nachher getrennt, nach wie vor getrennt, aber umsteigen brauche ich nur einen Knoten. Das kann man sich überlegen, dass das kein Problem ist. Und jetzt, das ist ganz interessant, hier kommt noch mal Contraction rein, das ist gar nicht Contraction, wir gucken uns mal das typische, die typische Departure-Node an. Hier haben wir eine Departure-Node, da departet irgendwas, Step um, was weiß ich, 8 Uhr. Nehmen wir das mal so. Nehmen wir mal wegen Departure um 8 Uhr 2. Jetzt nehmen wir an, wir haben hier, ja und nehmen wir an, hier war ein Arrival um, hier war ein Arrival um, muss man ja nicht genau dieselben Zeiten nehmen, um 8 Uhr. und hier war irgendwo ein Transfer-Knoten um, was weiß ich, der davor war halt gerade um 7.57 Uhr, kann ja alles sein. Und dann von hier fahre ich wieder zur nächsten Station weiter mit dem Zug, ja. Arrival um, keine Ahnung, 8 Uhr. Nehmen wir an, das ist jetzt ein Bus und kein Zug, dann dauert das ja alles nicht so lang, dann fährt er vielleicht 10 Minuten zur nächsten Station. So sieht das aus. Und man kann sich leicht überlegen, dass die Parcher-Nodes immer so aussehen, ja. Die Parcher-Nodes, wie ich das jetzt gemacht habe, kriegen genau, beim Parsen, kriegen sie genau eine Kante rein von dem Arrival. Das ist ja gerade, was diese Linien machen. Gucken wir uns das Bild nochmal zurück hier an. Schauen wir mal, genau, hier. Die Parcher-Nodes kriegen immer genau, das ist ja pro Bus zu einer bestimmten Zeit, kriegt er genau einen rein von dem Arrival vorher und einen raus fürs Weiterfahren. Und das, was passiert hier, in dem Ding kriegt jeder die Parcher-Node noch genau einen rein von Transfer. Ja, das heißt, jeder die Parcher-Node hat genau drei Kanten. Ganz genau. So sieht das also aus für jeden die Parcher-Node und jetzt kann ich genau das machen, was wir bei Contraction gemacht haben. Ich kann jetzt einfach die Parcher-Node hier rausschmeißen, indem ich ihn einfach kontrahiere. Wir haben ja schon gesehen, Kontraktion erhält ja die kürzesten Pfade, indem ich jetzt hier einfach die Kante reinmache und die Kante reinmache. und den rausschmeiße. Und was habe ich gemacht? Einen Knoten rausgeschmissen und aus drei zwei Kanten gemacht. Sollte man machen. Und das ist auch gemacht. In dem System, was da läuft, wovon ich erzählt habe, ist das natürlich so gemacht. Das ist eine Standardoptimierung. Und es ist nett, dass mit Kontraktion versteht man das ja sofort, warum das geht, weil das ist genau, was wir gemacht haben. Einfach ein Spezialfall. Also das sollte man wirklich machen, weil ich meine, die Kanten mal eben um 50 Prozent reduzieren und ein Drittel den Knoten rausschmeißen, lohnt sich schon. Und was hat man jetzt? Jetzt hat man quasi, um das auch intuitiv zu verstehen, hier hat man jetzt immer quasi fahren und warten an der Station, fahren und warten. Hier hat man jetzt gerade, hup, immer gleich zur nächsten Station, zur nächsten Station. und hier hat man einsteigen und fahren in einem. Das heißt also von dem Transfer, genau, das hier war der Einsteigeknoten, der fahren, die hat man dann quasi zusammen, die beiden Kanten. Ja? Gut. So, das war, das wollte ich jetzt nur kurz bemerken, das ist jetzt Ende vom ersten Teil. Nochmal, der Vorteil von dem Time Expanded, was wir jetzt, was wir ja meistens immer machen und was man auch meistens macht, weil wir haben ja schon gesehen, was das für Schwierigkeiten hat, das Time Dependent, hat man normalen Graphen und kann im Prinzip alle Algorithmen da drauf laufen lassen, ja, wenn man das alles so trennt mit den Knoten. Wir haben ja hier gerade sogar schon Contraction gesehen. Jetzt ist aber eine Frage, ja, klappen die denn auch, ja? Wir hatten ja immer so eine Intuition bei diesen ganzen Sachen, bei A-Stern, bei Landmarks, das war nicht irgendein Netzwerk, sondern wir haben immer so gedacht, ja, ja, das ist jetzt ein Straßennetzwerk, ne? Und jetzt haben wir kein Straßennetzwerk, jetzt haben wir das und wir haben schon überraschende Effekte gesehen, was mit der Zeit passieren kann. Die Frage ist, klappen die jetzt immer noch so gut? Und das will ich aber nicht jetzt machen, sondern in der nächsten Vorlesung, weil wenn es da kein Problem gäbe, dann wären wir jetzt ja fertig, dann bräuchte man überhaupt keine verschiedenen Algorithmen für Straßen und für Transit-Netzwerke. Dann nimmt man einfach Conjection-Hierarchies oder Transit-Node-Routing oder was weiß ich und lässt es jetzt einfach hier drauf lauten. Aber irgendwie klappt das nicht so gut, ja, das kann ich schon mal vorwegnehmen und das ist gar nicht so einfach zu verstehen, warum. Und ich habe, man sieht hier, die andere große Schwierigkeit der Vorlesung ist Dijkstra richtig zu schreiben, ja? Also dazu gibt es mit Sicherheit eine Klausuraufgabe. Wie schreibt man Dijkstra? Da dürfen Sie da nicht nachgucken. Ja, aber es ist ja auch, oder? Das ist ja auch einfach frech. J, K, S, T, R. Das kann man ja nur falsch schreiben. So, bevor ich jetzt weitermache, jetzt der zweite Teil ist Multi-Label Dijkstra, wollte ich Transit-Node-Routing, weil da gab es doch ein paar Ergebnisse, die hatte ich letztes Mal gar nicht diskutiert, weil auch einfach noch nicht so viel da waren. Gucken wir mal hier. Genau, hier, Transit-Node-Routing-Experiments, das schauen wir uns doch mal an. Noch nicht so viele, aber ja, vielleicht machen es ja noch ein paar, die, die jetzt mit dem Parsen fertig sind. Also erst mal sehen wir hier, dass die Zeiten jetzt noch mal gut zehnmal schneller sind, als sie es vorher waren, ja? Noch mal ganz kurz, Transit-Node-Routing war das, wo man irgendwie alles vorberechnet. Hier ist Start, hier ist Ziel. Man nimmt die fünf nächsten, diese Access-Nodes vom Start, die fünf von hier, oder wie viel das sind, sagen wir vier hier, fünf hier, probiert alle fünf mal vier Möglichkeiten aus, um zu wissen, welcher jetzt der kürzeste ist. Hier, das war's. X-Source sind die paar an der Source und das sind die. Fünf mal vier ist 20, man sieht in Realität sind es nicht 20, sondern eher so was wie 100, 200. Aber trotzdem, für die muss man dann einfach nur immer drei Zahlen aufaddieren, weil man alles vorberechnet hat. Von hier zu dem, das Stück steht in der Tabelle, von hier zu hier steht in der Tabelle, von hier zum Ziel. Immer drei Zahlen aus einer Tabelle holen und aufaddieren, das geht auch für 100 Zahlen extrem schnell, wobei hier scheint es mir so, dass alle es so gemacht haben, dass sie auch die Local Searches schon mitgezählt haben. Das war ja gar nicht Teil der Übungsaufgabe, aber es ist relativ einfach, das auch noch zu machen, dass man einfach, wenn die zu nah zusammen sind, einen normalen Dijkstra macht. Und was man auch merkt, das ist das Lustige an dieser Methode, das Widersinnige, diese lokalen Suchen dauern noch am längsten. Obwohl die klein sind, muss man da halt einen kleinen Dijkstra machen und das läppert sich halt auch. Das heißt, das ist tatsächlich so, dass diese kleinen Suchen brauchen vielleicht eine Millisekunde, was ja schnell ist und diese weit weg suchen, da muss man einfach nur die paar Möglichkeiten auszuprobieren, wenn man alles in der Tabelle nachguckt, die brauchen eine Mikrosekunde. Und wenn ein Prozent der Queries eine Millisekunde, tausendmal länger dauert, dann drückt das den Durchschnitt halt auch nach oben. Deswegen, wenn man im Paper nachguckt, ist es ja noch zehnmal schneller. Nicht, wenn Sie den, wenn Sie haben irgendwie von 100 Queries sind 99 eine Mikrosekunde und einer eine Millisekunde, dann gibt das im Durchschnitt zehn Mikrosekunden. Obwohl nur ein Prozent länger dauern, aber die ein Prozent brauchen gleich tausendmal länger. Deswegen kriegt man ja sowas von der Größenordnung. Aber es ist immer noch schneller, zehnmal schneller als Contraction Hierarchies. Aber genau, wenn man dann diese lokale Suche noch ein bisschen tunet, was ja jetzt nicht Teil der Aufgabe war, dann ist es auch hundertmal schneller. Und die Vorberechnung ist nicht, das war genau Contraction. Man macht ja einfach Contraction Hierarchies und nimmt die obersten, wie viel auch immer, das steht hier. Das war ja die Vorberechnung. Und was ich interessant finde, ist, dass es so gut klappt. Ich hatte nämlich die Contraction Hierarchie Autoren mal gefragt, ob das denn klappt, einfach die obersten so und so viel zu nehmen. Ja, weil das war ja so die Idee. Die, die man zuletzt kontrahiert, sind gerade die, die auf Autobahnen sitzen. Da meinten sie, hm, 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 weil die haben jetzt viel Komplizierteres gemacht und immer mit allen Heuristiken, aber man sieht hier, dass schon diese super einfache Heuristik, einfach die obersten nehmen, ganz gut klappt. Und dann hat man genau nur die Vorberechnung von Contraction Hierarchies. Ja. Ja, das, genau, wobei, wenn man jetzt so eine Skala größer denkt, also die Bemerkung für die Aufnahme war, dass wenn man das so macht, dann klappt das zwar, aber nicht lokal wird es erst ab ziemlich weit weg. zum Beispiel im Saarland fast gar nicht. Da muss man schon, das heißt, also ein Viertel vom Saarland ist alles noch lokale Suche. Was ja okay ist, wenn man das Ganze so ein bisschen größeren Maßstab sieht, dann ist auch Saarland noch lokale Suche. aber die Frage ist natürlich, warum das bei den anderen nicht so ist, gell, ob die jetzt, die Sache ist natürlich, man macht da schnell Fehler, wobei mir jetzt zum Beispiel Mirko versichert hat, man kann es ja leicht gegen die Dijkstra's vergleichen. Ist Eugen da? Ich weiß ja nicht, wer sich hinter den Namen verbirgt. Sitzt vielleicht da hinten hinter dem Notebook? Genau. Also was man ja auf jeden Fall immer machen sollte, weil sowas ist, irgendein Ergebnis ausgeben ist eine Sache, ob es stimmt, aber man kann es ja einfach gegen den normalen Dijkstra vergleichen. Gehe ich aber eigentlich mal, also die hier haben gesagt, dass sie es gemacht haben. Ja, das ist jetzt die Frage, warum das so ist. Kann ich, weiß ich jetzt auch nicht. Muss man mal gucken, offline. Aber, gut. Aber ansonsten machen diese Zahlen, die hier stehen, alle Sinn. Wo war denn dann jetzt das Problem? Das ist hier einfach, wenn man den Durchschnitt mit den Lokalen nimmt, dann wird er hoch, oder? Genau. Wobei das ja eh, das war glaube ich, im Übungsblatt war ja eigentlich nur gefragt, wie schnell die schnellen Queries sind. Also eigentlich sollte man die nur hier hinschreiben. Die haben jetzt schon gleich den Mix genommen, was ja auch hier dran steht. Also schreiben Sie doch einfach hier den, ne, Übungsblatt war ja nur, wie schnell sind die 99 Prozent. Die 1 Prozent sollten uns gar nicht, und da hatten Sie dann aber schon schnelle Zeiten, oder? Genau. Nur, nur dass halt viele dann nicht lokal waren. Genau. Was schon auch Sinn macht, dass das so ist. Ich weiß nicht, warum das hier nicht so ist. Was natürlich sein kann, ist, das ist jetzt nur eine Randbemerkung, mit diesen Raten, man muss ja irgendwie entscheiden, wann sind Sie lokal und wann nicht. Die Sache ist, das ist ja so eine obere Schranke, die man da kriegt, was Sie jetzt da rausgekriegt haben, was weiß ich, irgendwie, was waren es, 20 Kilometer oder 10 Kilometer, ja, das heißt ja nur, ab 10 Kilometer stimmt es immer. Wenn die so weit, wenn diese Radien sich nicht überschneiden, stimmt es garantiert immer. Das heißt aber nicht, dass wenn die näher zusammen sind, dass es dann nicht stimmt. Und die Erfahrung zeigt, dass es ziemlich oft dann auch noch stimmt. Es reicht ja, wenn auf dem kürzesten Weg einer von diesen Knoten liegt, was erstaunlich oft so ist. Das heißt, selbst wenn man einen Fehler mit dem Lokalitätskriterium macht und vielleicht ist das ja hier passiert, dann stimmt es immer noch ziemlich oft. Nur, dass halt diese Schranke zu konservativ ist. Und das ist auch tatsächlich eine der Optimierungen in diesen Arbeiten, dass man versucht, diese Schranke da besser zu machen, dass man einfach ein besseres, ein schärferes Kriterium hat, wenn es lokal ist. Das könnte das noch erklären. Gut, aber ansonsten passt wunderbar zu dem, was ich behauptet und erklärt habe, Vorberechnungszeit wie Constraction Hierarchies und 10 oder wenn man nur diese schnellen Queries nimmt, 100 Mal schneller. Sehr schön, genau. Und ich glaube, es war auch machbar von der Implementierung, oder? Hat man sich jetzt nicht umgebracht, wenn man Contraction Hierarchies hatte, setzt man nur noch so ein Level oben drauf. Gut, dann machen wir mal weiter. mit Multi-Criteria, das ist ganz nett. Erstmal so ein bisschen allgemeines Blabla zur Motivation. Also bisher waren unsere Kosten immer irgendeine Zahl. Ja, was immer die Zahl gemessen hat, bei Routenplanung ist das halt meist die Zeit. Aber es gibt jetzt ja viele andere Sachen außer die Zeit, die einen interessieren könnte, wie teuer, auch auf der Straße, ja, vielleicht muss ich aufs Benzingeld gucken, ist ja jetzt nicht mehr so billig. Dann will ich irgendwie die Route haben, wo ich am wenigsten Benzin verbrauche, ja, da kann ja mit der Steigung zusammenhängen oder einfach der Länge und gar nicht Geschwindigkeit, wie schön es ist, ja, ich will vielleicht, kann man ja irgendwie, manche Sachen sind irgendwie langweilige Autobahnen, andere schöne Strecke, haben ja Navis sogar drin, irgendwie Scenic Route oder sowas. Jetzt, das sind Sachen, das wollte ich hier auch sagen, nicht nur für Bus und Bahn, auch für Straßennetzwerke kann man sich andere Kostenkriterien vorstellen. Jetzt bei Bus und Bahn natürlich, ich will möglichst wenig laufen zwischen Stationen, das kann ja manchmal optimal sein, nicht die nächste Station, sondern hier einen Kilometer zu laufen, weil da ein ganz toller Bus fährt, aber vielleicht will das jemand nicht und natürlich will man auch nicht so oft umsteigen. Ja, einmal weniger umsteigen ist besser, meistens zumindest. So, jetzt zum Erklären, man kann sich da viele Kriterien überlegen, ja, alle auf einmal, da hat man fünf, wir nehmen jetzt mal zwei, das ist auch so ein Klassiker, Reisezeit interessiert einen immer und das andere nenne ich jetzt einfach mal Penalty. und Sie können sich einfach vorstellen, Penalty ist einfach, wie oft ich umsteigen muss. Irgendwas, Penalty ist jetzt einfach noch irgendeine Zahl, die ich immer an die Kanten dran schreibe und die mir sagt, die ist irgendwie größer, wenn ich da irgendwie mehr laufen muss oder wenn ich mehr umsteigen muss, ja. Ich zeige Ihnen auch gleich noch ein Beispiel, Grafen. So, also wir gucken einfach, nehmen Sie jetzt einfach Zeit und Anzahl umsteigen in Gedanken, das ist glaube ich am einfachsten. So, jetzt hat man, das ist ja auch noch ganz banal, mehrere optimale Möglichkeiten. Ich kann jetzt, hatte ich in einer anderen Vorlesung schon mal erwähnen, an mein Ziel kommen, in drei Stunden ohne umsteigen oder, wenn ich zwischendurch einmal umsteige, das gibt es sogar relativ oft, bin ich irgendwie schneller. Ja, welches ist jetzt besser? Es kommt drauf an, wenn mir umsteigen wichtiger ist, dann nehme ich lieber die. Kann ich in Ruhe arbeiten, muss nicht alles wieder einpacken, brauche ich halt eine Stunde länger. So what? Aber, alles ist jetzt auch nicht unvergleichbar. Zwei Stunden mit einmal umsteigen ist immer besser als drei Stunden mit zweimal umsteigen. Also alle Lösungen brauche ich jetzt auch nicht ausgeben. Aber zumindest die beiden muss ich ausgeben. So, und das wollen wir mal formal machen, dieses unvergleichbar und besser, das ist ganz einfach, ich wollte es nur mal hinschreiben. Kosten sind jetzt Paare von irgendwelchen Zahlen, Scalers ist einfach irgendeine Zahl, bei uns sind wir nicht negativ. Paare, was ich jetzt mache, geht auch für Triple und sonst was, aber ich schreibe es für Paare hin, da versteht man schon alles. So, jetzt schreibt man einfach, jetzt hat man ein Paar, Paare kann man auch vergleichen, manchmal, man hat eine partielle Ordnung, nennt man das da drauf. Wann ist ein Paar kleiner gleich ein anderes? Na, wenn es komponentenweise kleiner gleich ist, das kommt vor. Dann schreibt man kleiner gleich, gleich sind sie dann, wenn beide gleich sind, ungleich entsprechend, wenn nicht beide gleich sind und kleiner kann man auch schreiben, kleiner ist einfach, wenn kleiner gleich und nicht gleich. Das heißt, kleiner ist zum Beispiel, wenn die ersten gleich sind und y kleiner als y', oder y' ist gleich und x ist kleiner als x'. Oder bei x ist kleiner x' und y ist kleiner x'. Das ist jetzt hier nur Format. Es ist genau das, was man sich vorstellt. Und dann ist aber nicht so, wie bei einer totalen Ordnung, gibt es jetzt ja nur das, na das oder andersrum oder gleich. Na, dann wäre es auch noch genau so. Hier gibt es jetzt aber auch unvergleichbar und das ist genau dann. Ich habe weder das eine ist kleiner gleich als das andere, noch das andere ist kleiner gleich als das eine. Ja, haben wir gerade gesehen. Das ist irgendwie mit 3,0 und 2,1 sind unvergleichbar. Ja, das war die eine Folie. So, hier ist ein Beispiel. Genau, ja, also nur, dass man da, das male ich mal gerade nochmal hin, wo stehen jetzt diese komischen Dinger dran, dass man das einmal sieht. Jetzt hat man also hier so ein Arrival-Note, Arrival-Note um 8 Uhr und dann so ein Transfer-Note, Tra, um 8.05 Uhr. Und hier hat man jetzt eine Kante dazwischen, im Time Expanded und da steht jetzt nicht dran, 5 für 5 Minuten, sondern da steht jetzt dran als Kosten 0,051. Ja, so, und hier ist irgendwie weiterfahren, das können wir ja auch noch machen, die Patsche. Ja, das ist einfach, da fährt er weiter um 8 Uhr 2 und da steht dann einfach dran, 0,020. Also kein Penalty, hier steige ich nicht um, deswegen da 0 und hier steht einfach die Zeit dran. Ja, also meine Kosten sind jetzt einfach Tupel. Genau. So, jetzt machen wir ein klein bisschen Theorie, ist aber ganz einfach. für jede Menge von, wie kriegt man jetzt so, wir haben schon gesehen, manche Sachen sind kleiner gleich, jetzt haben wir so eine Menge von Kosten. Jetzt behaupte ich, da gibt es immer so eine Teilmenge von Kosten, ich suche jetzt quasi so eine optimale Menge. Und was heißt so eine optimale Teilmenge? Das heißt, in dieser Teilmenge sind alle unvergleichbar. Das heißt, ich habe in der Teilmenge nicht eins, was schlechter ist als alle anderen. Wenn in meiner Teilmenge ist drei Stunden ohne Umsteigen und da ist auch drin fünf Stunden ohne Umsteigen, kann ich den fünf Stunden ohne Umsteigen rausschmeißen. 3,0 ist immer besser als 5,0, weil es kleiner gleich ist. Das heißt, ich will so eine Teilmenge haben, wo alle unvergleichbar sind, die drin sind und das kann passieren mit mehr als einem. Und aber alle aus meinem C, da gibt es einen im C-Strich, was besser ist. Ich schmeiße einfach alle raus, die irgendwie, wo es ein besseres gibt. Und der Beweis ist auch genau so. Das ist trivial zu beweisen. Ich gucke einfach mein C, ich gucke, gibt es da eins, wo eins gibt, was besser ist und dann schmeiße ich das raus. Solange ich zwei habe, die halt nicht unvergleichbar sind, sondern C1 ist besser als C2, schmeiße ich C2 raus. Ja, danke schön. CS könnte ich auch rausschmeißen. Ja, kleiner gleich heißt besser. Ja, kleinere Kosten ist besser. Solange es eins gibt, was echt besser ist als ein anderes, schmeiße ich das schlechtere einfach raus. Bis das nicht mehr ist und wenn das nicht so ist, dann habe ich die Binden, habe ich so eine Menge gefunden, ja, per Definition. So, was wollen wir jetzt berechnen? Das ist auch ganz einfach, ich will es halt nur mal formal hinschreiben, damit das klar ist. Nehmen wir an, ich bin jetzt hier Start, Ziel, wie immer und jetzt hier alle Möglichkeiten da irgendwie hinzukommen. Ja, alle, unendlich viele gibt es da. Daher kann ich die absurdesten Routen nehmen und jede von diesen Möglichkeiten hat irgendwelche Kosten. Ja, 17 Stunden und 800 Mal umsteigen und so weiter. Die sind da jetzt alle in diesem C drin. Was ich will, ist genau diese Teilmenge C', die besten Möglichkeiten. Aber es kann jetzt mehr als eine sein, ja. Da kann zum Beispiel rauskommen, die besten Möglichkeiten sind drei Stunden mit null Mal umsteigen oder zwei Stunden mit einmal umsteigen. Die sind unvergleichbar und alle anderen Möglichkeiten, die es sonst gibt, sind aber echt schlechter. Und so eine Menge für so eine gegebene größere Menge Nennt man entweder einfach die Teilmenge der optimalen Lösung oder Pareto-Lösung, ja. Da in Economics. Das sind einfach die, ja, das können mehrere sein und von denen aus geht es nicht noch besser. Und das kann aber eine größere Menge sein, größer als eins bei Multi-Criteria. Wenn man nur eine Komponente hat, Skalar, kann das immer nur eins sein, nämlich das Minimum, ja. Also das ist ein Spezialfall von Pareto-Sets. Das ist einfach, wenn alles Skalar ist, das Minimum. So. Wie immer, hier steht nur von Kosten, ja, wir lassen immerhin immer die Pfade weg und wenn wir dann am Ende zwei optimale Kosten haben, dann gibt es dazu auch irgendwie zwei Pfade. Ja, und das sehen wir dann am Ende oder ich sage gar nichts dazu, weil das wird so gehen wie immer. Gut. Sie fragen, wenn irgendwas ist? Ich mache sonst weiter. Ja, das ist eine Frage, das wollte ich zumindest mal aufschreiben. Das wäre jetzt ganz interessant. Es kommt ja auch immer so die Frage, was so in der Klausur dran kommt. Da gibt es ja auch so ein paar kleine Denkaufgaben. Das ist jetzt zum Beispiel so eine Denkaufgabe, ich weiß nicht so von der Art, ja. Ist das jetzt eindeutig oder nicht, was da rauskommt? Ich habe jetzt so eine Menge und jetzt suche ich die Menge alle optimalen Lösungen. Kannst du da jetzt zwei verschiedene geben? Nehmen wir das mal an. Ja, hier habe ich jetzt sehr schön von der 2, wie ich das geschafft habe. Ich werde das mal, habe ich das jetzt geschafft? Ja, das ist einfach Wäsch. Gut, kann man nichts machen. So, wetten Sie bitte jetzt. Kann das sein oder nicht? Ich habe jetzt so zwei optimale Teilmengen davon. Ich frage mich, kann das sein, dass die verschieden sind? Beide haben diese Eigenschaft, zwei unvergleichbare und sie sind aber verschieden. Ne, ich habe ja auch gerade so diesen Beweis, ich nehme irgendwie so ein nicht optimales, irgendwas 17 Stunden, 800 Mal umsteigen, schmeiße ich raus. Schmeiße ich raus, bis es die nicht mehr gibt, komme ich bei einer Menge an. Hier schmeiße ich die in einer anderen Reihenfolge raus, komme ich bei einer anderen Menge an. Kann das passieren oder nicht? Glaube ich im Kopf schwierig, weil es ist gar nicht so klar, ob das passieren kann. Ich weiß es jetzt auch nicht und fange einfach mal an, das zu beweisen. Das ist jetzt so ein trivialer Einzeiler oder auch nicht, vielleicht mal jetzt irgendwas falsch. Sie helfen mir. Nehmen wir mal an, ich würde das jetzt so beweisen. Naja, wir fangen mal an, C1 aus C1, das ist ja immer schön. So, daraus folgt, naja, dann ist ja C1 in C, ja, ich habe jetzt also so zwei Teilmengen, die sind optimal und ich frage mich jetzt, sind die verschieden oder nicht. C1 ist aus C, so C2 ist jetzt so eine optimale Teilmenge, das heißt, es gibt ein C2 aus C2, sodass C2 kleiner gleich C1 ist, ja, das muss ja so sein. C2 hat die besten Lösungen drin, ja, also das hier ist, weil C2 auf Pareto, ja, weil das so eine Pareto-Menge ist. So, also C2 ist kleiner gleich C1, so, C2 ist jetzt auch aus, ist jetzt auch aus C, daraus folgt, es gibt also ein C1 Strich, irgendeins aus C1, mit, ja, mein C2 ist jetzt auch aus dieser Menge C, irgendeins, das heißt, es gibt aus meinem C1 irgendeins, welches weiß ich nicht, das mindestens so gut ist wie das, weil C1 ist ja auch Pareto, ne, C1 ist ja auch, ich habe ja gesagt, ich habe zwei verschiedene. C1 Strich ist kleiner gleich C2, ja, also, was habe ich? Ich habe also C1 Strich, kleiner gleich C2, kleiner gleich C1, ja, das heißt also, C1 Strich, kleiner gleich C1, so, jetzt ist aber das Pareto, ja, C1 ist Pareto, C1 ist Pareto, und da sind ja alle Lösungen unvergleichbar, ja, also kann das irgendwie nur sein, wenn die beiden gleich sind, kann nicht sein, dass eins echt kleiner ist, als das andere, also müssen sie beiden gleich sein, weil sonst hätte ich einen da rausgeschmissen, naja, und damit ist C2 gleich C1, gleich C1 Strich, kann man bestimmt auch noch auf andere Arten, naja, und daraus folgt, dass mein C1 und C2, also dass mein C1 auch in C2 ist, ja, jetzt habe ich gezeigt, wenn C1 in C1 ist, dann ist es auch in C2, ja, also habe ich C1 aus C2, genau, und andersrum geht, geht genauso, ja, also wenn man das so hinschreibt, dann einverstanden, ich glaube, das muss man, so Beweise sind immer schwierig, die, klar, wenn ich jetzt keinen Fehler gemacht habe, dann stimmt das, aber verstehen tut man das nur, wenn man das mal selber hinschreibt, ja, aber Sie sehen, das ist jetzt hier, man macht da nur völlig triviale Sachen, aber trotzdem muss man da, muss man nachdenken, ja, die Schritte sind ja alle völlig trivial, aber die Kombination nicht. Gut, also, trotzdem, wir halten mal fest jetzt, dass diese Menge unique ist, ja, es gibt also nicht mehrere verschiedene, das ist ja schon mal gut zu wissen, weil das wird ja wieder alles komplizierter machen. So, das ist jetzt der letzte Teil dann, Dijkstra. Wie macht man jetzt, jetzt hat man also nicht mehr eine Menge, das hatte ich ja schon im ersten Teil erwähnt, jetzt hat man ja plötzlich zwei Möglichkeiten, die man weiter verfolgen will. Wie macht man das denn? Und das geht jetzt auch mit Dijkstra, Dijkstra geht irgendwie immer. Und jetzt, die beste Art, sich das vorzustellen, ist wie folgt, ich habe es sogar richtig geschrieben, Wahnsinn. wir hatten diese tentativen Kosten, ja, immer an den Knoten stehen. Jetzt stellen Sie sich mal nicht vor, das als Tentative Kost, sondern einfach als so ein Label, der da an dem Knoten sitzt. Und wo wir, wie wir das bisher gemacht haben, so nennt man das auch oft, sitzt an jedem Knoten genau ein Label und dieser Label, ja, also irgend so, irgendwas klebt da dran und da steht jetzt eine Zahl drin, nämlich diese Tentative Kost, ja, wie gut ich da bisher hinkomme. Am Anfang fange ich an mit, ich habe nur ein Label und der sitzt hier auf der Quelle und da steht 0 drin. Jetzt sind meine ganzen Labels in der Prioritätswarteschlange und die sind irgendwie angeordnet, ja, bei dem einfachen Dijkstra sind sie gerade nach dem angeordnet, was in dem Label drin steht. Ich erkläre Ihnen nochmal einfach einen Dijkstra mit einer bestimmt ein bisschen anderen Sprechweise. Das ist einfach, deswegen mache ich das auch schnell. Jetzt nimmt man den nächsten Label, also den mit dem kleinsten Inhalt in dem Fall und zetteln den. Und was heißt jetzt ein Label zetteln? Das heißt, der Label sitzt ja immer an einem Knoten. Jetzt gucke ich mir von dem Knoten die ausgehenden Kanten an und an den Knoten, die da benachbart sind, erzeuge ich jetzt neue Labels. Ich habe hier ein Label mit 5, da gibt es so eine Kante, da steht 2 dran, dann habe ich da auf der anderen Seite ein Label mit 7. Einen neuen Label mache ich da hin. So, und jetzt habe ich hier an der anderen Kante einen neuen Label mit 7. Wenn da noch keiner war, ist da jetzt der neue Label. Wenn da vorher ein Label mit 9 war, schmeiße ich einen von beiden raus, behalte ich den mit 7. Ich habe also jetzt auch in dieser einfachen Variante, wenn ich das so erkläre, auf der anderen Seite mal kurzfristig zwei Labels, nämlich den neuen und den alten und schmeiße dann aber gleich den schlechteren raus. So kann man Dijkstra einfach auch verstehen. Das war jetzt so geringfügig, nur anders erklärt. Genau. Und jetzt kann man genau dasselbe, was ich gerade erklärt habe, formaler will ich das gar nicht machen, geht jetzt genauso, wenn man Mengen von Labels hat. Und da wollte ich jetzt ein Beispiel machen. Das habe ich mir nur nicht überlegt. Das geht jetzt bestimmt schief. Da müsste ich mir jetzt einen Graph überlegen. Shit. So, S, Start. Machen wir das mal. Ich mache mal einen ganz einfachen. Ich werde mir das jetzt überlegen gerade. Ich muss mir jetzt einen Graph überlegen. Also hier fange ich jetzt an mit 0, 0. Die hatten wir, glaube ich, immer orange gemacht. Ich mache einen ganz einfachen Graphen. Ich will mal nur einen, wo ich ja, am besten mache ich nur drei Knoten. Drei reicht für Freitagnachmittag, oder? So, und ich mache mal hier, nenne ich das nicht S, sondern A. Ja, das ist einfach, ich bin jetzt gar nicht bei Transit Network, sondern einfach irgendeinen Graph mit, wo an den Kanten jetzt halt so Kosten stehen, die Paare sind. Und jetzt kann ich hier B, ja, B ist ja auch ein sehr schöner Buchstabe, und C, ich glaube, das geht, oder? Ja, ja, doch, sozusagen der, ich glaube, das reicht, um das zu illustrieren, glaube ich. Vielleicht stimmt es auch nicht, dann male ich einfach noch ein paar Kanten dran. Genau, jetzt geht es hier mit, so, jetzt male ich hier, meinetwegen, Sie stellen sich gerne Traveltime, Comma, Penalty vor, aber das sind jetzt irgendwelche Kosten, die ich jetzt hier dran male. Jetzt mache ich hier zum Beispiel einfach 1,1 und hier mache ich dann 1,0 und hier mache ich 3,0. Ja, das sind doch sehr schöne Zahlen, oder? Genau. So, jetzt mache ich meinen Dijkstra. Wie mache ich Dijkstra? Das sind, ich hoffe, das sind dieselben Farben wie immer. Ich fange an mit 0,0 an meiner Quelle, ein Label, wo 0,0 dran steht. Jetzt relaxe ich hier diese Kanten, die da, und schreibe, gucke jetzt, wie ich hier hinkomme. Ja, hier komme ich jetzt hin mit 1,1 und an C komme ich hin mit 3,0. Und der hier ist jetzt gesettelt. Ja, so, welchen nehme ich jetzt als nächstes? Jetzt habe ich schon ein kleines Problem. Jetzt habe ich die Frage, welchen nehme ich als nächstes? Die sind jetzt unvergleichbar und das kommt da auf der nächsten Folie. Welchen nehme ich jetzt als nächstes? Den oder den? Ist es egal? Da werden wir gleich was zu machen. Ich tue jetzt mal den als nächstes nehmen. Ja, nehme ich einfach den als nächstes, dann relaxe ich den hier. 1,1 und 1,0 macht 2,1. Ja, jetzt habe ich hier zwei Labels stehen. Der ist jetzt gesettelt, sonst gibt es ja hier nichts zu tun. Und hier schreibe ich jetzt den Pareto-Set hin. Ja, und das ist schon der Pareto-Set. Da ist irgendwie, ja, die behalte ich jetzt einfach beide und werde jetzt von hier aus weiter expanden. Ja, das heißt, vielleicht machen wir das dann noch eine Kante dazu. Das wäre, ja, das mache ich jetzt auch mal D. Ich mache das jetzt einfach. Hier ist noch ein D und da mache ich mal was hin und hier mache ich auch noch was hin. Ja, total verwegen. Was mache ich denn da hin? keine Ahnung, keine Ahnung, 5,0. Warum nicht? Ja, hier mache ich, das muss ich aber in lila malen. Genau, oder 3,2, 2,2 ist auch sehr schön. Das heißt, den habe ich ja schon beim Setteln von hier habe ich den 2,2. Ja, stand da schon am Anfang. Jetzt, ich relaxiere nicht Knoten, sondern Labels. Ich werde jetzt einen von den Labels, die jetzt noch in der PQ sind, nehmen. Jetzt nehme ich zum Beispiel den da. Sagen wir, ich nehme den 2,1er. Ich werde den jetzt zetteln. Ich zettel den jetzt und jetzt muss ich irgendwie, ah, ich sehe schon, was ich hier falsch gemacht habe. Ich muss ja da an die Kante auch noch was dran schreiben. Nehmen wir mal hier 3,3 steht da dran und hier steht 1,1 dran. Ja, wenn da 3,3 dran steht, dann war hier beim Setteln, wo mache ich denn das jetzt hin? 3,3. Genau. Jetzt mache ich hier 2,1 plus 1,1 ist 3,2. Ja. Und jetzt gucke ich, jetzt habe ich hier zwei Labels, jetzt kann ich den da wegschmeißen, weil der ist nämlich dominiert von dem. Ja, ich behalte immer nur die, die optimal sind. So. Ja, manchmal behalte ich mehrere, manchmal nicht, je nachdem, das ist gerade diese Pareto-Menge. So. Jetzt gucke ich, jetzt nehme ich welchen als nächstes, jetzt nehme ich den als nächstes und zettel den noch. 3,0 und 1,1 gibt jetzt 4,1 und der ist jetzt da. Ja. Die behalte ich jetzt beide, weil 3,2 und 4,1 sind unvergleichbar und so weiter. Ja, ich denke, das reicht für das Prinzip. Und man sieht, man hat jetzt einfach Mengen von Labels. Ja, und was man relaxt und so sind Labels. Und auch nicht mal unbedingt in der, das kam jetzt in dem Beispiel nicht vor, man kann sich leicht überlegen, dass jetzt hier zwei Labels dran stehen, jetzt mache ich erstmal den einen Label, dann mache ich alle möglichen anderen irgendwo im Grafen und irgendwann kommt dann der dran. Ich muss die nicht alle gleichzeitig machen. Jeder Label ist jetzt für sich alleine. Genau. So, diese Frage trat da schon auf, das ist jetzt nicht mehr so klar, in welcher Reihenfolge ich diese Labels verarbeite. Welchen nehme ich als nächsten, vor allen Dingen, wenn sie doch jetzt, ich habe nicht mehr so eine totale Ordnung wie vorher. Vorher habe ich einfach den genommen, mit dem kleinsten Wert, die hatten ja alle nur einen Wert und das war auch wichtig für Dijkstra, für den Beweis von Dijkstra's Algorithmus, den wir jetzt gleich nochmal kurz wiederholen. Und jetzt, wie machen wir das jetzt? Ich gebe schon mal die Antwort und dann erkläre ich es. Das ist nämlich ganz, ja, kommt man nicht so sofort drauf. Ich behaupte, man hat ziemlich viel Freiheit, wie man die Labels macht, aber was sein muss ist, dass die Ordnung, in der man die Labels bearbeitet, eine Verfeinerung von der Ordnung auf den Labels sein muss. Das heißt, wenn zwei Labels derart sind, manchmal kann ich sie ja anordnen, dass XY kleiner als das ist, dann muss ich XY vor, dann muss ich den kleineren Label vor dem größeren bearbeiten. Bei allen anderen ist die Reihenfolge egal. Das heißt, Verfeinerung in dem Fall, ja, nenne ich einfach so. Ja, warum klappt das? Und warum braucht man das? Das zeige ich auf der nächsten Folie, wo ich einfach nochmal schnell durch den Korrektheitsbeweis hüpfen werde. Eine ganz gute Wiederholung. Ja, das ist ja eh zent. Dijkstra's Korrektheitsbeweis, den sollte man schon können, weil es immer dieselbe Idee ist. Hier erstmal ein paar Beispiele. Was könnte man also machen? Ich kann einfach nur die erste Komponente angucken. Ich nehme einfach von dem Label nur die erste Komponente und bearbeite sie in der Reihenfolge. Und wenn die gleich sind in der ersten Komponente, mache ich irgendwas. Das würde gehen, weil wenn dann, nee, das stimmt nicht. Das stimmt ja nicht. Was ich hier gesagt habe. Weil wenn die erste Komponente gleich ist und in der zweiten Komponente ist einer kleiner als der andere, dann muss ich stehen, wo es kleiner ist zuerst. Das stimmt also nicht. We can just look at the first component and then look at the second, muss ich hier. Ja. 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 Doch. Doch, doch. Ja, ja. Glaub schon. Wenn ich habe, 5,0 ist kleiner als 5,1. Kleiner heißt in einer, das ist kleiner, ne? 5,0 ist echt besser als 5,1. Das heißt, wenn ich jetzt nur die erste Komponente angucke, dann sind die gleich. Jetzt kann ich die nicht in irgendeiner Reihen. Ich muss den vor dem. Das heißt, ich muss dann Tie-Breaking mit der machen. Tie heißt unentschieden, Tie-Break heißt das unentschieden, irgendwie so nennt man mal so. Ja, gibt es nicht nur im Tennis. Und genauso dasselbe bei der zweiten Komponente, wenn die gleich ist, muss ich die erste nehmen. Ich kann aber auch andere Sachen machen. Und das sind auch wieder, das sind genauso Stellen, da muss man dann schon mal einen Schritt zurückgehen und ein bisschen rechnen, weil da kommt man jetzt nicht durch High-Level-Intuition drauf, was man da darf und was nicht. Mit der Definition, die ich noch nicht bewiesen, bisher nur behauptet habe, geht auch das. Ich kann einfach die Summe von beiden nehmen. Wenn ich nach der Summe anordne, dann stimmt das ja auch. Wenn nämlich das echt kleiner ist, dann ist die Summe auch echt kleiner. Weil dann ist nämlich, entweder sind beide echt kleiner Komponenten oder eine gleich und die andere kleiner. Also nach Summe könnte ich auch anordnen. Ich stelle es natürlich hier noch eine andere Frage, was ist denn dann besser, wenn man so viele Möglichkeiten hat, da gehe ich jetzt mal nicht drauf ein. Aber die Frage ist, warum das hier? Und wenn man jetzt einen Schritt zurückgeht zum Korrektheitsbeweis, dann sieht man das. Den werde ich einfach nochmal kurz skizzieren und dabei ein Bild malen. Und dann sind wir auch schon fast fertig, wir sind ja auch fast am Ende der Zeit. Die einfachste Art, Dijkstra zu Korrektheitsbeweisen, da gibt es irgendwie so viele Beweise und diesen klassischen Widerspruchsbeweis, ich hatte das ja extra nicht so bewiesen, sondern man stellt sich vor, Dijkstra besucht die Sachen ja in so einer bestimmten Reihenfolge. Und zwar irgendwie intuitiv, also das ist wirklich das, wie man das am besten versteht, glaube ich. Ich fange an und dann gehe ich zu dem, den ich als nächstes erreichen kann, als nächstes, als nächstes. In der Reihenfolge aufsteigender Tentative Cost und der Beweis ist ganz einfach, wenn die alle verschieden sind. Er wird dann kompliziert, wenn es irgendwie drei Knoten sind, die ich mit exakt denselben Kosten erreichen kann, weil dann hat man plötzlich so, dann klappt Dijkstra nämlich unabhängig davon, in welcher Reihenfolge ich diese drei gleichen besuche. Und dann wird der Beweis ein bisschen trickier. Aber wenn man das mal weglässt und so tut, als wären die alle verschieden, genau das mache ich jetzt hier auch. Ich nehme einfach mal an, ich habe meine, ja, ich habe jetzt so alle möglichen, das Endergebnis ist irgendwie hier, den Knoten erreiche ich mit den beiden unvergleichlichen Kosten, den Knoten mit den beiden und all diese Kosten schreibe ich jetzt mal hin und ich nehme an, ich kann die so anordnen. Was natürlich jetzt, da fällt mir gerade was auf, das ist ja schon eine sehr spezielle Annahme, dass ich die so anordnen kann. Aber da muss ich nochmal drüber nachdenken. Ich tue jetzt trotzdem mal so, als könnte ich das. Ich glaube, das ist etwas zu speziell, die Annahme. Aber die Idee stimmt trotzdem. Also wenn das gilt, dann stimmt das trotzdem, was ich jetzt zeige. jetzt nehmen wir mal an, da male ich jetzt ein Bild zu. Ich habe jetzt hier mein S, wie üblich, und jetzt hier mein T und da ist der kürzeste Weg, der läuft irgendwie lang, ja. Ne, muss ich doch jetzt noch. brauche ich immer noch eine Kante mehr, genau, also hier ist mein T Target und das ist die letzte Kante auf dem kürzesten Weg, ja, und das hier ist gerade der Knoten davor, den nenne ich U oder V, nee, nee, falsch, U und V, habe ich gerade das genannt hier im Text, da sollte ich das hier auch so nennen, werde ich tun, das ist jetzt U und das ist V, so, und jetzt bin ich dazu und hier komme ich jetzt hin mit Kosten X, Y, sorry, das ist jetzt hier gerade über die Schrift mal und hier komme ich hin mit Kosten X, Strich, Komma Y, Strich, ja, so, und jetzt ist das gerade, jetzt stehen ja hier wieder nicht negative Kosten dran, irgendwie, hier steht nicht 0,0 dran, das nehme ich gerade an, ja, weil wenn das so wäre, wenn hier 0,0 dran stehen würde, dann hätte ich nicht diese Annahme, also 0,0, das ist ja genau wie bei dem normalen Beweis, dass irgendwie Kanten, wo 0 dran steht, machen es irgendwie schwieriger, es geht dann immer noch, aber sie machen den Beweis schwieriger. Wenn das nicht so ist, dann ist das X, Strich, Y, Strich echt kleiner, ja, in einem von beiden wird das kleiner sein. Weil das echt kleiner ist, kommt das in der Reihenfolge vorher und dann macht man wieder diesen Induktionsbeweis, der Induktionsbeweis sagt nämlich einfach, ich kann die so anordnen und mein Dijkstra wird sie in der Reihenfolge besuchen und wenn er auf einen trifft, dann ist das der Richtige, ja, und ich gehe einfach immer aus, dann der Induktionsbeweis ist, bis hierhin stimmt es alles und dann stimmt auch der Nächste, ja. Wenn ich den treffe, dann, wenn der kürzeste Pfad hier rüber geht, dann habe ich den schon vorher verarbeitet, für den war alles richtig und dann über das Relaxieren von der Kante kriege ich dann auch den Label und den schmeiße ich dann auch nicht mehr raus, weil er optimal ist, ja. Das ist jetzt nur noch mal ganz kurz, nicht im Detail, können Sie sich gerne in Ruhe auch noch mal aufschreiben, aber man sieht dann hier, warum man, warum dieses Refinement gebraucht ist. Man braucht nämlich genau hier, dass das Ding vorher bearbeitet wurde. Das Ding, was echt kleiner ist, muss vorher bearbeitet worden sein. Wenn es echt kleiner ist, vorher. Das ist genau meine Anforderung, die ich an die Reihenfolge der Labelverarbeitung hatte. Sonst habe ich hier ein Problem. Wenn das der kürzeste Pfad ist und womöglich der einzige und das Ding habe ich noch gar nicht verarbeitet, dann klappt das irgendwie nicht. Das muss halt gehen. Und das geht aber auch für Multilabel. Deswegen klappt das und deswegen braucht man das. Gut. Das wollte ich noch sagen, genau, das ist glaube ich das Letzte und dann kommt die, genau. Das ist jetzt noch so ein Psi-Phänomen. Wie ist denn das im Time-Dependent Graph? Ich werde dann am Ende noch mal sagen, warum das überhaupt interessant ist. Jetzt sage ich die ganze Zeit, man macht es doch immer Time-Expanded. Time-Dependent ist trotzdem interessant. Erinnern Sie sich daran, dass ich das gleich sage, warum. Erstmal gucken wir es uns einfach an. Man hat jetzt ein ähnliches Problem wie mit den Transfer-Buffern. Und zwar gilt ja jetzt nach wie vor, auch ohne, ja, mit und ohne Transfer-Buffer gilt das jetzt. Hat man jetzt das Problem bei Multi-Criteria, ich behaupte, das gilt auch ohne Transfer-Buffer so, dass Präfixe von kürzesten Wegen nicht unbedingt kürzeste Wege sind. Jetzt schauen wir uns das mal an. Das muss ich wieder nachdenken. Ich habe mir da keins direkt vorher ausgedacht, aber ich behaupte, ja, machen wir das mal so. Ich schreibe hier immer Source S. Manchmal schreibe ich Start. Das ist ja voll inkonsistent, was ich hier mache. So, jetzt nehmen wir mal an hier. Ja, ein sehr schöner Zwischenknoten. Und hier ist mein T, mein Target, ja. Und jetzt nehmen wir an, da gibt es so einen sehr schönen, eine sehr schöne Wummelbahn, ja. Ja, oder der Transsibirien-Express, ja. Das ist der Transsibirien-Express. Der Pferd von Moskau nach Wladivostok, ja. Fällt mir jetzt gerade so ein. Ohne umzusteigen. Da kann man einfach drin sitzen bleiben, ja. Und kann einfach die Wohnung untervermieten und bleibt da einfach drin sitzen, ja. Und ich komme hier an in, was weiß ich, 170 Stunden nullmal umsteigen, ja. Komme ich da an. Sollte ich vielleicht in Orange malen. Irgendwie, ja, in schönem Orange, damit das konsistent ist. Also hier komme ich an in 170 Stunden nullmal umsteigen. Diesen Label will ich auf jeden Fall haben, weil der ist ja nicht zu schlagen, ja. Mit nullmal umsteigen komme ich da sonst nicht hin. So, an dieser Stelle hier irgendwo dazwischen, was weiß ich, jetzt bin ich hier, keine Ahnung, wo der drüber wird. Was kommt nach Moskau auf dem TSE? Kann das gerade nur jemand nachgucken? Genau, irgendwie nach 20 Stunden oder nach 40 Stunden komme ich hier an. Mit nullmal umsteigen, ja. Bei dem Ding muss ich ja nicht umsteigen. Aber hier, ja, gibt es da irgendwie die super Schnelllinie, die irgendwie viel schneller ist, ja. Da komme ich auch locker mit, da komme ich in fünf Stunden hin mit nullmal umsteigen, weil irgendwie bummelt der da so rum und hält da noch zwischendurch und nachts und was weiß ich alles. Ja, das heißt an dieser Stelle und nehmen wir sogar im schlimmsten Fall an, an allen Stellen zwischendurch, da komme ich viel schneller hin, ja. Und dieser Label ist echt besser als der. Die sind auch nicht unvergleichbar, ne. Das heißt, wenn ich nur dahin will, würde ich niemals diesen blöden Bummelzuchter nehmen, ja, der irgendwie durchs ganze Land fährt, sondern würde ich den nehmen. Aber, wenn ich dahin will, dann ist das die einzelne Alternative, ja. Mit nullmal umsteigen komme ich nur dahin, auch wenn es ewig dauert. So. Und Sie sehen, hier nützt mir auch Transferbuffer nichts mehr, ja. Hier muss ich dieses Ding behalten, auch wenn es unendlich viel schlechter ist, ja. Das heißt also, ja, jetzt muss man noch mehr Sachen sich merken zwischendurch, obwohl sie gar nicht optimal sind. Ein nicht optimaler Label in jeder Hinsicht, sowohl von da als auch von da. Was man jetzt machen kann, ist, dass man quasi die Zuglinie als zusätzliches Kriterium einführt oder sowas. Warum ist das jetzt interessant? Das hatte ich gerade noch gesagt, da ich das als letztes sage. Jetzt sagen Sie ja, Time-Dependent ist eh doof, aber ich hatte dieses Lämmer in der letzten Vorlesung, das gezeigt hat, das, was der Time-Dependent macht, das macht der Time-Expandent auch, ja. Die sind sich sehr ähnlich. Und dafür ist Time-Dependent nämlich genau gut. Man sieht da leichter, auf dem Time-Expanded, das ist ja irgendwie der Dijkstra, expandet da alles, geht die Waiting-Arcs da lang und so weiter. Hier ist ja viel natürlicher, das sind ja wirklich die, die Kanten sind ja tatsächlich die Routen, weil man Knotenstationen sind, kann man sich besser vorstellen. Das heißt, wenn der Time-Dependent Dijkstra so einen Quatsch hier machen muss und sich den merken muss, muss der Time-Expanded das auch. Der macht das dann halt, indem das an verschiedenen Knoten ist, aber der hat auch diese zusätzliche Arbeit. Das heißt, der hat auch überall lauter Labels zwischendurch, die nicht optimal sind, die er aber weiterverfolgen muss und das auch tut. Das heißt, man hat da, es klappt zwar, aber der muss halt, ja, der Suchraum, ja, das, was er da an Notes zettelt, wird halt ziemlich groß wegen solchen Phänomenen. und das ist natürlich für Effizienz extrem wichtig, weil das sind so Sachen, und dazu kommen wir dann in der nächsten Vorlesung, die machen einem bei diesen Sophisto-Algorithmen da alles kaputt, ja, man lässt die laufen, dann klappt auch, aber es dauert nur ewig und das liegt gerade an solchen Sachen, weil er zwischendurch alle möglichen, nicht optimalen Labels behält und weitermacht. Und man denkt, warum macht er denn das, brauche ich doch gar nicht. Naja, braucht man eben manchmal doch und das weiß man erst ganz am Ende. Und zwischen dieser Label hier, da wird er jetzt zwischendurch, die ganze Zeit werden die noch weiter verfolgt, da in die Landschaft rein, obwohl ich sie nirgendwo brauche. Und nur weil ich ihn hier ganz am Ende brauche, muss ich zwischendurch erzeugen, die mir eine Million neue Labels und es dauert alles ewig. Genau. Da kommen wir erst das nächste Mal zu, das war dieser Vergleich zwischen Road und Transit zum Multilabel Dikes, da gibt es auch. Das ist irgend so was, das weiß jeder, aber es steht nirgendwo. Hier haben wir so eine Arbeit ausgegraben, CACM, können Sie ja mal reingucken. Also so was gibt es jetzt auch keine Wikipedia-Artikel mehr, das geht dann jetzt schon zu weit. Aber wenn Sie da Details nachgucken wollen, da gibt es eine Arbeit. Gut, so kein Übungsblatt, wie gesagt. Ich werde Sie bitten, nachher noch in der Mail den Evaluationsbogen schon mal auszufüllen. Ansonsten haben Sie noch eine Zeit für das GTFS-Übungsblatt, also einfach den Transit-Graf mal zu bauen. Ja, bitte. Ja. Ja. Wenn ich dann so eine Station fahre, wenn ich so eine Station fahre, dann funktioniert das ganz gut. Aber wenn dann der nächste Zug erst zwei losfährt, dann fährt er dann über zwei Stunden in den Weg, wo sie ihn durchgehen, bis er schließlich wieder an einer startstation, die ganze Flughafen fährt. Lässt sich das irgendwie verweiten? Also das ist die Fahrzeuge. Ja, ganz genau. Also die Bemerkung war, ich wiederhole das nochmal gerade für die Zuschauer zu Hause an den Bildschirm. Ich bin jetzt hier und der nächste Zug da, wo ich hin will, fährt erst in zwei Stunden. Mein Dijkstra wird jetzt aber schon mal weitersuchen. Alles, insbesondere wird er irgendwie Wege absuchen, wenn ich das richtig verstanden habe, die nach zwei Stunden wieder dahin zurückkommen, wo ich bin. Die sind natürlich dann am Ende nicht optimal, weil, also da sind wir uns einig, dass ich ja, wenn ich einfach Penalty fürs Rumreisen irgendwie mache, also über Multi-Criteria kann ich das schon hinkriegen, dass der dann eine schlechtere Kostenfunktion kriegt. Aber mein Dijkstra wird ihn trotzdem, der wird das trotzdem alles rumwurschteln. Das ist genau die Art von Problemen, die ich hier meinte, genau. Der macht lauter Quatsch irgendwie, nur um dann irgendwann festzustellen, ach, habe ich eh nicht gebraucht. Ich kann ihn da jetzt keine, da müsste ich jetzt mal drüber nachdenken, speziell dafür, aber gegen viele dieser Sachen kann man nichts so leicht machen. Das für die Korrektheit macht das nichts, aber das dauert dann halt ewig. Und man sieht dann irgendwie, was macht denn der da? Alle Möglichkeiten, nach zwei Stunden kommt er wieder hier hin, irgendwie mit dreimal umsteigen, irgendwie, um dann zu merken, brauche ich eh nicht, aber er hat es alles gemacht. Ja doch, er merkt es in dem Sinne, dass irgendwann, wenn der Kreis sich schließt, dann kommt hier ein Label an, der nicht optimal ist, weil hier war er ja schon mal. Aber bis er da hinkommt, ja? Ja, das stimmt. Die zeigen zwei Stunden später. Na, das kommt drauf an. Also wenn man warten an derselben Station, wenn man das Multi-Criteria so macht, dass das billiger ist als rumfahren, also wenn man rumfahren einen kleinen Penalty gibt und umsteigen, umsteigen hat ja ein Penalty. Also dann mit dreimal umsteigen zur selben Station kommen, ist ja teurer als einfach die zwei Stunden warten. Ja, beim Normalen nicht, genau. Also Multi-Criteria braucht man da. Ja, genau, also nicht so einfach. Genau, gute Bemerkung. Gibt es sonst noch eine Frage, Bemerkung? Gut, dann wünsche ich ein schönes Wochenende. Tschüss. Hollywood Holocaust. Gangten. Gerst Wallen. 어둠 aler